Ich bin Nora und ich studiere Wirtschaftspsychologie an der Elfa Westküste. Wirtschaftspsychologie wird hier angeboten als Bachelorstudium und Masterstudium. Aber was macht man da eigentlich? In der Psychologie beschäftigt man sich mit der Frage, wie Menschen sich verhalten und, noch viel wichtiger, warum sie sich so verhalten. Der wirtschaftliche Aspekt des Studiums besteht vor allem darin, den Menschen in seiner Rolle als Konsument und als Arbeitnehmer zu betrachten. Zusammenfassend bedeutet das, in der Wirtschaftspsychologie erforschen wir das Verhalten des Menschen als Arbeitnehmer und als Konsument.